Es ist kaum eine Herausforderung. Schau mal, dass wir die Kollegen natürlich überleben und wir so dann das Match auch für uns entscheiden können, als Team. Schau mal! Das Licht beginnt. Ein Schuss. Eine Herausforderung. Eine Herausforderung, damit ich gehen werde. Wo kann ich da noch nix legen? Scheiße. Das hat immer gar nichts gebracht. Aber wieso kann ich jetzt hier oben... Komisch, komisch. Und ich habe keine Mana mehr. Wunderbar. Nein, weg, weg, weg. Wo war ich? Wo bin 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 ich? Das Licht scheint. Ein Einfluss. Wo bin ich? Ich sehe das Licht am Ende meiner Reise. Ich bin ein Weg weg. Bei deinem Weg. Ich werde nach vorne fahren. Ja. Meine Reise weitergeht. Pro Sekunde. Kanalisiert. Weg 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 weg. Alter. Ja. Ich weiß, dass du jetzt nicht sehen kannst, mein Lieber. Aber ich war ein junger, gallant. Steig auf, oder werden wir verabschieden. Be verabschieden nicht mehr. Was? Nein, weg 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 weg. Ach, scheiße, ey. So unnötig gestorben eben. Das war jetzt echt für den Arsch. Der Ehre ist mir. Okay, gehen wir nochmal hoch. Schaut's ganz gut aus. Schaut's auch ganz gut aus. Was ist das, du sagst? Ein leidendes Licht. Ich kann ihn leider nicht reparieren. Ich kann ihn leider nicht reparieren. Sind jetzt drei hier oben? Nee. Drei Shir. Es ist wahr. Oderuct đi Marga ein Knie. Nein, Oakland. Um, nach dem Zimmer. Es geht Ug休钱 um es zu erleden. Ja. Woher zu? Ich bringe Darks banishment. Was? Weg, 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 weg. Nein, was macht das Tier denn da, bitte? Ja, das ist eine super Sache, ey. Ach, scheiße. Ja, cool. Und Templar, ist das denn das jetzt schuld, dass unser Gaul tot ist? Ich hab' mit dem Licht noch mal wieder. Ich warte jetzt kurz auf die Boots. Ähm Wie schaut's in der Mitte aus? Level 5, Level 7 Ist natürlich super Ich bin auch schon Level 4 5, 4 Ja, wir sind nicht ganz so schlecht Ich bin ja, wir sind nicht so schlecht Die Licht erläutert, Chakra! Erläutert! Dein Mittelfahrer ist unterteck! Die Honne ist meine! Warum habe ich das Ding dann so früh gezündet? Los, schaffst du! Nice! Attach! Sweetness and Light! What was that you say? Hooray my speed! Allow me. Wo war ich? ja es wird nix haben wir die sagen schon mal fertig lebensregeneration oder rüstung 175 haben wir auch bald halt wir können auch der dinge was wussten A Milestone! Wo waren wir? Attack! Your middle tower is under attack. Wo waren wir? Cast a bright light here! Yes! The honor is mine! Shine on! Hooray, my steam! Ah, bathed in the light! Now, where was I? Eh, what? Back with your shadows! Dyers come to the shadows of the light! Light shadows through your eyes! What? Woa 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 woa! Woah woa 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 woa! This way! Ah! Breathing light. A Milestone! Oh, my quest continues what's that you say I bring Doc's banishment so jetzt müssen jetzt in thoma eingerissen kriegen um das kann nicht sein the enemy's bottom tower has fallen wie weit kommt es jetzt I am honored the enemy's top tower has fallen I'll ride ahead cast a bright light here be light on your hooves nein, nein, sind beide tot spiritbreaker kommt jetzt da irgendwo where to my quest continues Oben sind wir durch, Mitte sind wir durch, in der Mitte kommen ein paar wow nice der steht hier irgendwo noch oh stand aside or be trappled chakra the honor is mine where were we what's that you say beware the light your top tower is under attack radiant structures are fortified your bottom tower is under attack dyer's courier has been killed the light shines your bottom tower is under attack back with your shadows yes yes i bring dark spanishment what was war das denn für ein effekt, ey okay nicht schlecht nicht schlecht jetzt pushen wir hier oben nochmal schnell durch nein ich hätte aber auch nochmal ganz kurz mich rappen können und habe hier wieder erstellen können nice geil geblockt das war cool nein wo läufst du hin scheiße was macht das denn nein wo bin ich da wieder gestorben klingt so stark na los du hast du noch nuis Stress machen, ja. Hehehe. 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 Hey. ich bin halt nur support schade mit dem helden also ich kann da nicht wirklich was machen aber wo ich klingt hier relativ gut abgebockt habe durch meine items das ist der erste level 8 bis level 10 immerhin noch tot your middle tower is under attack radian structures are fortified the lights rekindled now where was i the light shines light channels through you a milestone your bottom tower is under attack das timing passt halt noch gar nicht back with your shadows your bottom tower is under attack the honor is mine your bottom tower is under your bottom tower has fallen your top tower is under attack the enemy's middle tower has fallen your top tower is under attack your top tower is under attack the enemy's middle barracks has fallen the enemy's middle barracks has fallen Ich bin Hönnend. Nun, wo war ich? Lichtfeatures. Ein Milestone. Das Licht schenkt. Es ist kaum eine Herausforderung. Die Ehre ist mir. Ja. Hooray, mein Steen! Bin ich tot? Nein! Gehen wir den Boden! gut durch ja ich hätte es auch schon fast getippt ist drauf wir müssen uns den tower in der mitte lassen die 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 20 sekunden the enemy's bottom tower has fallen radians courier has been super Wow. Gehe meinen Weg! Du bist hier! Oh, ich will dich töten! Hast du gesehen? Aber ich sterbe noch zu oft, das gefällt mir gar nicht. Siebenmal gestorben. Fünf Rassist. Ähm... Ich geh auch oben mit lang. Wo ist denn das hier unten? Wer ist denn das hier unten? Hm? Stand aside, or be trappled! Back with you, Shadows! Oh! 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 Das war's gewesen, richtig schönes Match, einmal ein Single Draft, wo jeder halt nur drei Helden zur Auswahl hatte, recht ausgeglichen zu Anfang fand ich und war eigentlich ganz gut gemacht. Wenn ihr wieder Kommentare habt zu meinem Gameplay, bitte schreibt noch was und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Bis dann!